Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so eine Papaya richtig schneiden und essen kann und was man mit den Kernen hier innen drin am besten anstellen sollte. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir mal ein Schneidebrett, unsere Papaya, einen Sparschäle und vor allem auch ein scharfes Küchenmesser, denn mit einem stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Desto gelber die Schale hier ist, desto reifer und süßer ist die Frucht auch. Doch in der asiatischen Küche werden solche relativ grünen Papayas auch gerne zur Zubereitung von einem Salat verwendet. Nun entfernen wir aber erst einmal die dünne Schale mit diesem Sparschäle hier am besten, damit das Fruchtfleisch, was relativ orange bzw. rot ist, einmal darunter zum Vorschein kommt. Das sollte so auf jeden Fall passen. Mit einem Messer ist das Schälen natürlich auch möglich, doch hier nimmt man meistens relativ viel von dem leckeren Fruchtfleisch mit ab, was natürlich an der Schale danach mit weggeschmissen wird. Jetzt schneiden wir hier oben einmal ein kleines Stück ab und auch hier unten, dass dieser ungenießbare Strunk mit ab ist und dann halbieren wir mal unsere Papaya genau in der Mitte so längst durch, was somit auch schon passen sollte. Nun können wir hier im Inneren diese kleinen schwarzen Kerne mal erkennen und diese schauen wir erst einmal mit einem Löffel am besten aus und geben diese in eine einfache Schüssel. Dasselbe mit der anderen Hälfte auch und darauf achten, dass wir nicht zu viel Fruchtfleisch mit herausschaben. So sollte es am Ende ausschauen und die Kerne hier sind übrigens essbar sehr gesund und werden auch häufig wie Pfeffer, zum Beispiel in einer Pfeffermühle am Ende verwendet. Hierfür muss man nur noch das restliche Fruchtfleisch hier innen von den Kernen entfernen und dann die Kerne anschließend auf Backpapier in den Ofen geben und für circa zwei bis drei Stunden bei 50 Grad einmal trocken lassen. Danach kann das Ganze hier in die Pfeffermühle. Nun aber weiter mit der Papaya hier. Entweder wir schneiden diese einfach in solche kleinen Streifen, können sie so dann auch schon lassen oder wir würfeln diese nochmal entsprechend für einen Salat zum Beispiel. Somit haben wir unsere Papaya hier jetzt auch schon richtig geschnitten und können diese endlich genießen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens ein hochwertiges Küchenmesser, einen Sparschäler, solche Kochhandschuhe hier oder auch ein Profischneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellten zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.